Hallo meine Freunde und herzlich willkommen und ich darf euch begrüßen, ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid, hier bei diesem französischen Pack Opening, nein stop, Patch Notes, also PBE Patch Notes, ähm, dieser Patch ist riesig und es gibt gewaltig viele Dinge und ja, ich habe hier unten eine rote Stelle, ähm, ich habe wohl den Coronavirus, nein, keine Ahnung, ich werde zum Rotmensch, ähm, ja, der Patch ist riesig, es gibt viele, viele Dinge und auch einige Dinge, wo ich mich frage, why? 3, aber, äh, ja, flitzen wir mal durch, außerdem Leute, mein Mausrad ist kaputt, mein Mausrad ist kaputt, also ich kann rollen, aber es rollt ab und zu immer wieder nach oben, so, seht ihr, warum? Ich roll nach unten und es rollt nach oben, wo ist, wo ist die Logik und ja, es rollt nicht zuverlässig, immer so bei jeder zählten Drehbewegung, gut, also hier gibt es gewaltig viele Sachen, es gibt Cosmic Lux, ja Leute, da, da fängt es ja schon wieder an, wieso hat Lux 241.912 Skins und nicht nur das, sondern, sie kriegt direkt zwei, es gibt Cosmic und Dark Cosmic, ich meine, das ist ja quasi Dark Star, da sind wir uns ja wohl einig, warum gibt es nicht Cosmic Gin und Dark Cosmic Gin, warum gibt es nicht Cosmic Oriana und Dark Cosmic Oriana, warum, warum, warum? Natürlich, klar, jetzt könnte man sagen, weil, oh, Lux das meiste Geld einbringt, wahrscheinlich ist das das Argument, aber Leute, 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 was ist denn das? Naja, aber ich meine, also beschweren tue ich mich jetzt nicht im Grunde, weil, ja, Rito muss ja auch Geld verdienen und man muss es ja nicht schlafen und so, aber, Leute, Lux ist schon so das beliebteste Kind, Leute, ne, wie viele Lux Skins, Alter, irgendwann, wenn du alle Lux Skins hast, irgendwann kommt so RTL Sendung, ja, und hier sind wir heute zu Gast bei, äh, Friedlin, der Wildhelm und sie zeigt uns ihre Lux Skins Sammlung und dann kommst du in so einen Raum und einfach all so, so, Merch und Skins und alles, gut, weiter, ähm, Dark Star Melfight, so, jetzt bin ich gespannt, wird hier auch ein Cosmic Melfight sein, ein normaler oder nur dieser Dark Star? Aha, ja, guten Prestige, aber den will ja wohl niemand haben, Dark Star Mordekaiser, wird es einen normalen Mordekaiser geben? Wird es? Nein, aha, Dark Star Xerath, aha, wird es nicht geben, aha, jetzt werdet ihr natürlich sagen, ja, aber Tobi, es ist Dark Cosmic Lux, ja, aber Leute, ähm, erstmal gibt es diesen Skin in TFT, und in TFT sieht der genauso aus, Punkt 1, und da steht Dark Star Lux sogar, und sie zählt schon in Dark Stars, und die haben das klug gemacht, die haben einfach gesagt, ja, ähm, die Leute werden aber sagen, ähm, warum gibt es Dark Cosmic, äh, beziehungsweise einen normalen Cosmic, aber keinen Dark, so, ne, ihr wisst schon, was ich meine, ja, dann nennen wir es einfach nicht Dark Star, sondern Dark Cosmic, habt ihr verstanden, was ich meine? Ich hoffe, ihr seid klug, ihr seid kluge Kinder und Menschen und Lords und Ladies, so, gut, Skins, 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 alles Kacke, äh, oh, ja, nee, nicht alles Kacke, Leute, Daylen, 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 RPG-Talon, der sieht sogar, actually, ziemlich, ähm, die Animation sind, Splattery, Flattery, Oh, oh, das sieht ja gut, ich meine, davon sieht man, das sieht aus wie Batman, davon sieht man meistens nichts, weil es sind, ne, das sind so die Animationen, wenn du es anhältst, aber in-game ist es halt, aber, oh, nö, das sieht cool aus, den werde ich mir instant gönnen, auch hier diese Blades, die Dubidu-Bladescheiben, die sehen, ich kann nicht scrollen, die sehen très bien aus, das hier sieht sehr cool aus, da sehe ich mich, also, es gibt RPG-Talon, RPG, also, RPG-Roleplay-Game, ne, und nicht das sexistische, sondern das, ne, My Lord, Stormtrooper, so diesesmäßige, ähm, dann gibt es RPG, ähm, 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 hier, Tarek-Lumenshield und auch noch Twitch, der sieht aus, der hat einfach so riesige Ohren, sieht einfach aus wie von Disney, ja, Chromas, Chromas, Skins, TFT-Galaxy, ähm, wollen wir alles überskippen, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, was ist das hier, oh, lol, ist das ein neuer Game-Mode, ne, achso, das ist, ach, keine Ahnung, ähm, ganz viele, ganz viele, bla, 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 oh, Report a Bug, okay, cool, nett, 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 alter, guckt euch mal, wie viele es hier gibt, Oh, lol, die sehen aber cool aus, sind das Chromas? Oh, Anti-Meta-Chroma, Leute, holy, die sehen, glaube ich, gar nicht so schlecht aus, die sehen, die sehen halt tausendmal besser als als die Darkstar, Anti-Meta, Best-Meta, this matters, sieht very gut aus, okay, endlich Champions, Leute, Anivia, ihr Ultimate kann nicht mehr unterbrochen werden by any kind of CC, Stun, Knockback, Knock-Up, egal was, kann nicht mehr unterbrochen werden, bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das gut finde, Klar, Ultimate wird sehr einfach unterbrochen, aber das ist halt auch das Counterplay, oder, dazu, es gibt auch Champions, die können es gar nicht unterbrechen, nur jetzt kann man es generell gar, also, ne, jetzt kann, als Counter konntest du es halt auch nicht unterbrechen, und jetzt kannst du es gar nicht mehr unterbrechen, also, finde ich das gut, weiß ich nicht, ich finde Anivia, was, außerdem ist die Chill-Duration jetzt höher, das heißt, du kannst länger Zeit, dein Eiszapfen da drauf zu hauen, und du bist länger gesloat, ähm, also weiß ich nicht, ob ich das gutheißen kann, schwieriges Thema, ich finde Anivia, ich mag Anivia überhaupt, nicht, sie ist halt, sie ist halt schwer zu spielen, ja, dann geht's weiter mit Aphelios, äh, Aphelios wird richtig hart nochmal genervt, der wird jetzt schon die letzten zwölf Patches genervt, es gibt anscheinend immer noch Leute, die komplett ausrasten, Severum gibt deutlich weniger Lifestyle, Entfernung macht weniger Damage an Minions, und Mini Chakra macht auch weniger AD Scaling, Total AD Scaling, also drei Sachen direkt wieder harsch genervt, das tut übel weh, also, das tut übel weh, da kannst du direkt eine Rippe, äh, donaten an, an, bedürftige Kinder oder so, ja, Bart, 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 äh, Bart nicht Bart, Brand, Leute, und jetzt kommen wir wieder so, warum, also erstmal, Brand macht jetzt 120% Damage mit seiner Passive an Monstern, da muss man natürlich sagen, Brand war vorher im Jungle schon viable, man konnte ihn spielen, das hat schon gut geklappt, und das macht ihn noch stärker, Darius wird genervt, das heißt, er konnte jetzt mehr Mana kosten, auf seiner E und auf seiner W, und die W scale ein bisschen schlechter, ich meine, Darius ist immer stark, das finde ich okay, aber, ne, es geht jetzt, okay, ne, das ist ein bisschen gemischt, jetzt kommt nochmal Kindred dazu, Kindred macht mehr AD, beziehungsweise kriegt mehr AD per Level, und der Wolf heilt ein bisschen mehr, das ist nett, und die Ultimate heilt ebenfalls mehr, sind nette Sachen, gerade die AD ist cool, aber, ist jetzt nicht insane, aber, ne, kannst du annehmen, ne, Kindred, Kindred macht auch echt viel Spaß, aber, ob sie das jetzt wirklich Weile macht, vielleicht, aber, ja, und jetzt kommt, fängt es jetzt langsam an, Morgana, auch Total Damage, sie ist genauso wie, ähm, Brand, schon vorher im Jungle Viable gewesen, klar, spielt man sie jetzt nicht so oft, aber es geht, ihr Jungle Clear ist actually super gut, und mit 150% Damage an Epic Monstern, äh, to Non-Epic Monster, die fliegt jetzt quasi durch den Jungle, also, die, die braucht ja nur ein W reinmachen, und die, und nochmal 5 mehr Movement Speed, also, die ist on fleek quasi, und auch ihr Schild gibt jetzt ein bisschen mehr im Early Game, das heißt, wir haben hier 20 mehr drauf, haben wir 80 statt 60er, Senna wird nochmal genervt, Senna wird ja aktuell auf der Fast, wie nennt man das, Fastening, heißt es? Fastening oder Fasten? Ne, Fastensender, keine Ahnung, die, ähm, ja, die wird ja die ganze Zeit abused, und jetzt kriegt sie quasi weniger Stacks, äh, beziehungsweise weniger AD durch die Stacks, so herum, und die Zeit, in der, die sie hat, einem Gegner die Seele rauszuziehen, nachdem sie ihn getroffen hat, wird erhöht, das heißt, von 4 Sekunden auf 6, 5, 4, abhängig vom Level, ich denke, das ist im Early Game gar nicht so schlimm, weil du meistens eh nur Auto-Attack Q oder Q-Auto-Attack oder sowas machst, und dann locker erstmal 6 Sekunden nix, also wird's nicht so hart schlimm sein, hier könnte es schon eher ins Gewicht fallen, diese eine Sekunde, dass da mal eine Seele flöten geht, ähm, und auf, also es ist auf jeden Fall ein Nerf, klar, irgendwo werden immer Seelen dadurch verloren gehen, die du damals bekommen hättest, tut dir auf jeden Fall weh, vor allem das mit den AD natürlich, ne, aber, ja, so ist das nun mal, wenn du einen Supporter releast, der sich spielt wie ein AD-Carry, dann ist das natürlich klar, dass die Leute ihn irgendwie abusen werden, ne, das ist ja logisch. Schako, Schako macht durch den Klon jetzt weniger Damage, das heißt, der hat einen Total-AD-Scan von 60% jetzt nur noch, das tut auf jeden Fall weh, muss man sagen, äh, hab jetzt auch ein paar Mal gegen Schako gespielt, und das ist schon echt ekelhaft, muss man sagen, ähm, und jetzt hier geht's wieder weiter, Shen, maximaler Monster-Damage durch seine Q wird angehoben, hier unten, Timo, maximaler, äh, beziehungsweise nicht maximaler, sondern Timo Blinds Minion hat das Monster für 200%, und sein Toxic-Shot, die E macht 150% Damage an Monstern. Also, jetzt müssen wir erstmal kurz drüber reden, ich weiß, das hab ich schon ein paar Mal gesagt, aber warum? Also, äh, hm, grundsätzlich klar, die Erklärung dazu ist natürlich folgende, dass Ritu ja mal gesagt hat, hey, in Low-Elo spielen Leute Darius Jungle, und die Enten zwar aber, die spielen das, und wir wollen, dass mehr Leute mehr auf verschiedenen Ebenen spielen können, auf Variationen, ne, dass man Darius im Jungle spielen kann, oder Timo im Jungle spielen kann, und, ja, also, ich mein, da ist natürlich die Frage, ist berechtigt, ist es gut, dass nur bestimmte Champions junglen können, oder sollte jeder das Recht, wir leben hier in einer freien Demokratie, sollte jeder das Recht haben, und die Fertigkeit, junglen zu können? Sollte es das geben, oder sollte man wirklich sagen, wenn du den falschen Champion hast, dann kannst du nicht junglen? Garen junglen zum Beispiel, also damals, jetzt geht es ja anscheinend. Ähm, und ich muss natürlich sagen, grundsätzlich finde ich es okay, wenn jeder junglen kann, wobei das Problem natürlich hier ist, das sind alles Champions, die ich nicht im Jungle sehen will. Es gibt einen Grund, warum bestimmte Champions besser junglen können. Diesen Grund gibt es. Timo, was macht Timo, wenn er gankt? Er läuft auf dich zu, du läufst weg, das war's. Das ist wie Udy, nur mit einem Blasrohr in der Hand. Udy ist aber wenigstens schnell, also sehr, sehr schnell. Klar, Timo kann auch ein bisschen schneller laufen. Ne, das sind alles so Champions. Was ist, was, ja, Shen, okay, das geht halt vielleicht nur, aber Darius, Garen, ähm, das sind Mordekaiser. Ich hatte, ich hatte gestern einen Mordekaiser, es war eine Katastrophe. Es war eine absolute Katastrophe, der ist 2-7 gegangen. Ich will euch nicht im Jungle haben, will ich nicht. Ich will euch hier nicht haben. Klar kann man jetzt sagen, Tobi, das ist echt fies und harsch, aber, ja, äh, sorry, aber du lädst ja auch nicht irgendwelche Leute zu deiner Hausparty ein, die du überhaupt nicht leiten kannst, oder die einfach, wo du weißt, dass die dir die Bude abreißen. So, geladene Gäste. Und das sind keine geladenen Gäste. Ne, klar, ein paar davon, so, Shen, ist, glaube ich, trotzdem kacke, aber könnte halt gehen. Bei Shen, ich meine, er hat halt, seine W macht kein Damage und seine E macht auch an Monstern. Ja, Shen hat nur Q. Die E macht doch kein Damage an Monstern, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, die E geht nur auf Champions. Das heißt, Shen hat nur Q im Jungle. Was ist das für ein Clear? Er hat nur eine Q. Vielleicht klappt der Clear ja trotzdem, weil die Q halt übel büllert, das, ne, und mit Tierarmat, aber, Leute, vielleicht sollte dieser Champion einfach nicht in den Jungle hinein. Rito, wie wär's damit? Ich meine, was kommt als erstes? Soraka-Jungle? Bei Talon kann ich's ja verstehen, der, also, jetzt bin ich aber auch lamm, ne, also Talon hat wenigstens so ein Kit, wo man sagen kann, ja, okay, der könnte ordentlich jungle, aber Talon-Jungle ist Katastrophe. Und jetzt wird hier jeder gebufft und ist direkt besser als Talon-Jungle. Also, ne, ich glaube, ich schreibe einen Beschwerdebrief oder so. Ja, davon noch, Soraka, äh, heilt sich jetzt mehr durch die Q und kriegt mehr Move-N-Speed. Twisted Fate wird zum, guckt euch mein Mausrad an! Alter, das hier wird ne Tilt-Compilation. Äh, ja, Twisted Fate, Leute, heilige Scheiße, Mann. Also, heilige Scheiße. Und im nächsten Patch muss er wieder genervt werden. Ich, was ist denn das? Blue-Karte von, also, rote Karte von 50 auf 60, okay, aber Blue von 50 auf 90 kommt, Leute, kommt. This Urgot got one-shotted by a Blue-Kart. My mom sold her house. Ich meine, 90 Prozent hätte man nicht erst sagen können, hey, lass mal 60 ausprobieren, lass mal 70 ausprobieren, dann können wir immer noch auf 80 gehen. Direkt auf 90? Wirklich, 90? Das ist, als wenn du sagst, okay, ich hab jetzt ein Fahrrad, ich kauf mir jetzt als nächstes ein Porsche. Wie wär's, wenn du erst mal ein Auto kaufst, um zu gucken, ob du Bock auf ein Auto hast und Auto fahren kannst und so? So ein normaler Fiat-Fiasko oder so? Und nicht hier ein Turbolord-Porschen 30.000. Also 90 Prozent. Jetzt sagt einige, wundern euch, ja, aber ist ja die Blue-Kart. Ja, Blue-Kart, Lichsbane, Rabadons und habt ihr das Ding mal, und dann noch hier seine Passive, auf dem Turmgaun, das one-shotted. Das hat vorher schon gewone-shotted. Das Ding one-shotted jetzt Türme, wenn ihr gut im Game seid. Und damit könnt ihr auch Gegner one-shotten, wofür gelbe Karte, ganz ehrlich. Urgott. Mehr Slow-Duration auf Q, mehr E-Duration. Ich wusste nicht, dass das Disdain heißt. Was heißt Disdain? Gibt's hier das Wort Disdain? Ja, länger, eine Stun, eine Sekunde. Weiger macht mehr Damage, find ich gar nicht gut. Hat außerdem mehr Base-AD, mehr Level. Gefällt mir alles gar nicht hier. Gehen wir direkt weiter. Wukong brauchen wir gar nicht drangehen. Der wurde schon so oft vertagt, dieses Rework oder Revamp oder was auch immer das ist, wie ich Tode auf Talon Jungle hab. Also, kann's komplett vergessen. Irgendwann, one day. Vielleicht, wenn ich jetzt nicht drüber rede, kommt es. Es ist die Möglichkeit. Leute, Mausrad, Hilfe. Xerath. Ja, müssen wir ja ranzcrollen. Xerath macht mehr Damage mit seiner W im Sweetspot. Ah, der Sweetspot. Außerdem macht sein Ultimate ein bisschen mehr Schaden. Das heißt, wir haben jetzt hier 45% AP Scaling statt 43%. Ich meine, das muss man ja auch mal nehmen. Mal 3, 4 oder 5. Und ein bisschen mehr Base-Damage. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Jorik. Mann, ich will rollen. Jorik, Monster hinterlassen jetzt Gräber. Und er kriegt... Und die Ghoule kriegen weniger Damage von Monster. Also, ja, Jorik, will ich Jorik im Jungle sehen? Nein, was kann er denn? Ja, er wirft... Ja, okay, er kann immer so ein Cage machen, aber... Also, Jorik geht noch so grenzwertig. Jorik geht sogar wahrscheinlich doch. Aber Leute, bleibt doch einfach oben. Ich kann Talen auch nicht auf Ardicary oder Support spielen. Also, ich würde... Wie wäre es, wenn jeder da bleibt, wo er hingehört? Wäre das nicht cool? Ich will auch nicht meine Zähne von dem Metzger gemacht kriegen. Oder meine Metzgers von den Zähnen. Oder was auch... Leute. Zyra. Zyra war vorher insane schon im Jungle. Die wird jetzt auch nochmal gebuft. Da pflanzen wir jetzt 150%. Also, die fliegt genau... Also, Morgana und Zyra haben, glaube ich, am meisten von dem Ganzen profitiert, weil die vorher schon massivst viable waren. Die fliegen jetzt quasi durch den Jungle. Klar, Gangs von Morgana. Ja, wenn du so ein Bind landest, geil. Oder Flash-Ult, aber sonst auch nicht so geil. Und Zyra mit einer E geht, aber... Hm, ne? Deathstance, meine Freunde. Deathstance wird gechallenged. Und zwar deutlich weniger AD. Dafür jetzt aber 30 Armour, 30 Magierstance und 100 Gold mehr. Und es macht unterschiedlich. Für Nahkämpfer kriegen 30% Damage ungewandelt und Fernkämpfer 20%, also was absorbiert wird und dann über Zeit verteilt wird. Hier muss man natürlich sagen, das ist ein immenser Buff für Top-Lane-Champions. So Champions zum Beispiel wie für Irelia oder Aatrox oder Cain oder so tankige Bruiser-Champs. Für die ist das richtig geil. Für Assassin, die das gebaut haben, also ich hab's auch gar nicht mehr so oft gebaut, muss ich sagen, auf Talon. Aber wenn du's auf Talon oder so, für solche Champs ist es nicht mehr so gut. Für alle anderen richtig gutes Upgrade. Diese 30 AD sind ungefähr, sagen wir mal, so 950 Gold. Alleine diese 30 Armour sind schon 600 Gold. Ne, dann kommen noch den Magiemantel, das sind 450, dann bist du schon bei 1000. Und dann auch nochmal 5 Magierstance sind, ach keine Ahnung, aber das sind so ungefähr 1150 Gold oder so. Also es ist auf jeden Fall ein Buff. Funnel-Nerfs auch nochmal, das heißt, wenn ihr als Jungler das mehr Geld durch Minions als durch Monster habt, dann verliert ihr noch 50% XP durch Minions. Und Teleport kriegt ein Change. Und zwar Teleport, man sagt sich, hey, wir müssen Teleport buffen, beziehungsweise Top-Lane. Ich find Top-Lane ist giga OP, gerade wenn ich ehrlich bin. Cooldown wird gechanged und zwar von 360 auf 480 bis 240. Das heißt, im Early-Game giga viel mehr, aber im Late-Game giga viel weniger. Äh, außerdem kriegst du 30 bis 45% Move-N-Speed für 3 Sekunden. Das find ich erstmal super krank, weil wenn ihr Homeguards habt, also wie oft passiert ist, dass jemand nach oben teleportiert und dann stirbst du noch dabei, weil du das irgendwie falsch einschätzt und der Gegner, der teleportiert, killt dich einfach. Das wird jetzt halt immer passieren einfach, das wird tausendmal passieren, Leute. Also, wenn jemand teleportiert, rennt sofort um euer Leben. Der ist einfach giga schnell. Wirklich, ihr werdet einfach sterben. Äh, 3 Sekunden. Holy Shit, vor allem wenn ihr das nachher mit Homeguards und Homeguards plus das hier, Cannon oder irgendwas, Maokai, was weiß ich, der in euer Team einfach reinultet, GG. Skana oder keine Ahnung. Ja, wobei Skana teleport. Ja, wurde ja ein paar Mal Top-Lane gespielt. Das mit dem Cooldown ist halt schwierig, weil, ähm, das ist halt based on Level. Alter, 17 Minuten so lange, oh mein Gott, ich hasse mich jetzt schon wieder dafür. Na gut. Ähm, das mach ich jetzt noch eben fertig. Im Early Game, also auf Stufe 1 hat's 480. Wenn du mit Level 2 oder so schon stirbst, bist du gefickt. Dann hat dein Teleport einfach eine Milliarde, dann hat's so 470 Sekunden Cooldown oder sowas. Also nimm ein Jahr einfach. Kannst direkt am besten FF machen. Das heißt, du wirst richtig hart gepanisch, wenn du früh stirbst. Und wenn du mit Level 5 oder so back gehst, dann hast du, glaub ich, so um die 400 Sekunden. Dann ist es okay, so. Dann kannst du's überleben. Äh, und ja, im Late Game ist es dann halt weniger. Die Frage ist halt, im Moment gehen die Games meistens eh nicht so lange. Und ich find, ich find die Änderung nicht gut, wenn ich ehrlich bin. Ich finde, es ist wichtig, wenn man im Late Game um den Teleport herumspielen kann. Beziehungsweise man sagt, hey, wir baiten jetzt Irelia in so Botlane und holen uns ihren Teleport oder was weiß ich. Wir forcen ihren Teleport und dann haben wir ein Zeitfenster von 360 Sekunden, wo wir den Teleport abusen können. Wo wir sagen können, okay, der Gegner hat keinen Teleport, wir können jetzt endlich mal Barrel machen oder was weiß ich. Der, 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 Teleport ist einfach im Late Game permanent auf ready. Permanent auf ready einfach. Also, find ich nicht gut, ehrlich gesagt, die Änderung. Ich find die Änderung nicht gut. Das war ein Move-On-Spiel, okay, hm. Wobei ich natürlich hier sagen muss, hey Leute, ich hab wieder zu Asyl zurückgefunden und den spiel ich jetzt auf Teleport. Im Late Game, okay, cool, machen wir das so. Machen wir das doch einfach so. So, das war's mit der Änderung. Ähm, ich wünsch euch was. Auf Wiedersehen, haut rein, auf, äh, welcome, bye-bye. Und wir sehen uns. Later, Macarader.